Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute spielen wir die neuen Modus Schwertkampf zusammen mit Leon und der Zocker. Viel Spaß. Hier steht doch, episch oder besser. Alle Waffen sind, steht doch da auch da. Guck. Der Sturm schießt sich schneller, es gibt nur epische und legendäre Waffen und es gibt noch ein Schwert extra. Das ist der Modus. Ey Leon, du wirst immer besser. Ja, hat ja auch in den letzten Wochen ganz viel Gruppenkeile trainiert. Ja. Lea, Lea, ich gebe dir mal einen Tipp, wenn du läufst, spring ab und zu Montrien hinten, weil Lea kann zu reden auch manchmal verbreiten. Ja. Oder auf so einer Eisfläche habe ich, wenn ich an einem vorbei so, dann habe ich mich schnell umgedreht und dann geschossen und dann habe ich ihn gleich gekriegt gekriegt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich merke auch, dass ich auf Xbox ein bisschen besser bin als auf Switch. Das merke ich, weil ich dann selbst abends mal ein paar Runden spiele, dass ich auf Xbox besser bin als auf Switch. Morgen, übermorgen geht es in Schule, du. Oh, armes Tuf Tuf. Musst du auch wieder früh aufstehen. Ja, aber egal. Also ich finde es gut, dass die Fähren vorbei sind. Ich muss endlich nicht mehr so früh den Bus nehmen. Ich kann endlich wieder später aufstehen. Wieder Retail oder wollen wir hier mal auf die Halle gehen? Ist mir eigentlich relativ... Dann lass Tonhalle gehen. Let's go, Pleasen Park. Let's go, let's go, let's go. Hast du ja noch mal das Event erreicht? Mit Marshmallow? Ich glaube, er kennt so, aber auch so schon. Das ist die letzte Woche, ja, ne? Das Marshmallow-Event, meint er. Warte, ich gehe hier hin zur... Oh ja, Junge! Ich lass. Bruder. Das macht ihr alle auf eurem Dach. Oh meine, Diegel. Diegel. Wenn ich Diegel hab, denn... Halleluja. Oha. Ich höre irgendwo ne Truhe oder sowas. Ich weiß bloß noch nicht, wo sie ist. Der Truhe, der da, wo ich bin. Ja, da ist die Truhe. Oh, ne Scar. Jetzt soll niemand packen, der herkommt, ich muss mal wieder wissen. Oh, Diegel, wenn man sagt, warum ist die so... Oh, ich hab ne Packen, die noch ne Pumpkant und ne Diener und Scar. Das klingt doch schon mal vernünftigen Anfangswaffen. Soll ich meine, sich jetzt schnell noch auf von dieser Runde und so? Ach. Die nehm ich auch noch mit. Aber es ist auch gut, dass die goldene und epische Waffen da zugenommen haben, weil sonst ist es ja unmöglich, hier mit ne grauen Waffe hier so ein Kill zu kriegen. Es ist nicht unmöglich, mit ner grauen gegen ne Legendary-Kump oder so anzukommen, aber man braucht halt einfach mit grauen. Die Sache ist, es ist nicht unmöglich, aber es ist mit lilan und goldenen und den Schwertern und alles ist der Modus einfach viel cooler. Und aus dem Grund wurde das so gemacht. Weil es dann einfach viel cooler ist. Und wenn sie einen coolen Modus erschaffen, dann spielen den auch viele Leute. Ist doch was für ein Dauerbrenner Gruppenkeile ist, der ist immer drin. Versuchen sie sich auch immer wieder neue Ideen einzufahren zu lassen. Ich bin die so einfach immer mehr drin gelassen. Versuchen sie immer wieder neue einfachen Feindfeind zu lassen und die, die gut ankommen, die gibt es dann immer mal wieder. Das ist immer 300 Steine, dann kriegst du einen Rocket Launcher. Ja, wenn ich nicht irgendwo einen finde. Wie viel Stein? 300 hat er gesagt. Fußballfeld. Okay, mach ich. Stimmt, irgendwo war ein goldener Automat, ne? Und man kriegt die ja nicht mal einfach so, stimmt ja auch wieder. Die findet man ja nur noch eigentlich in Vorratslieferungen. Mach dich kaputt, Bruder, ich mach dich kaputt. Das sagt ich dir. Bruder, 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 Bruder. Ja, ich hab da Wort gerade gesagt, ich mach sie kaputt, jetzt ist sie kaputt. Abgebaut, abgebaut, abgebaut. Er ist kaputt gegangen. Durch die Macht meiner Spitzhacke ist sie kaputt gegangen. Ich liegt viel cooler, ich bin an die Straßener Barriere, Mitarbeiter schlagen, nicht die nicht. Aber das ist da. Er wird seine Mitarbeiter schlagen. Wenn das liegt nicht. Ne, sagt mir gerade nicht. Hättest du dich das liegt, Bauchstelle? Dacht mir gerade nichts, wie gesagt. Gebäude sanieren, strafagieren. Ich weiß nicht, ob du was so cool finden würdest, wenn du den ganzen Tag geschlagen werden würdest. Jetzt noch Muni dafür und der Tag kann beginnen. Jetzt noch Muni dafür und der Tag kann beginnen. Oder Hartz IV und der Tag gehört dir. Hartz IV und der Tag gehört dir. Hartz IV und der Tag gehört dir. Mit Dabbel Diegel ist schon geil. Hier gibt es für 375 eine kleine Maschinenpistole. Du meinst die hier? Ja, die da. Die gibt es da vorne für 375. Und was gibt es hier so? Eine Minigun, ein Schlörfi und Raketwerfer. Ich hole mir mal eines aus. Oh, ich hole mir jetzt erstmal einen Raketwerfer. Wir kaufen Munition. Wer küllt ihr euch da mit? Wir kaufen nochmal einen Raketwerfer. Dann kriegen wir Munition. Aber Munition ist gerade echt ein Problem, das stimmt. Bei mir geht es. Für Rocket Launcher. Joa, generell habe ich sehr wenig Munition. Für den Rocket Launcher natürlich erst recht, aber generell auch sehr wenig. Ich habe vorhin E-Stack gesagt. Ich hole mir eh die aus dem Automaten, deswegen. Ich habe auch schon so eine Ska. Wir haben gerade eine Ska-Kostgeschenk. Joa, die habe ich auch so gefunden. Ich muss euch für 375 Holz eine aus dem Automaten holen. Obwohl die ist gold. Obwohl stimmt, die ist golden und meine ist nur lila. Vielleicht hole ich mir die doch für 375 Holz. Denn die ist gold. Meine ist nur lila. Und ich finde, wir sehen immer noch aus wie Frankreich bei mir. Mit blau, weiß, rot. Hä, was baust du da, Leon? Er baut Bruder, muss los. Dann lass sie umbringen. Bin dafür. Hab ihn. Geht doch. So macht man das. Digga, ich hab den erst nicht gesehen. Ja, der hat sich wohl gut versteckt. Da hat sich jemand was gegönnt. Ja, ich gerade. Oha. Ah, nee, die Pam. Oh, das ist gar nicht. Komm los, schnell zu saunen. Ja, ja. Ähm, in der Zone laufen. Jo. Denn die Zone läuft hier schneller. Denn in einer Minute 10 bewegt sie sich schon wieder vorwärts. Ich bin auch so ein Idiot und hab da dieses, das, ähm, Jumpit nicht mit, ähm, das, ich hab ja so ein Jumpit aufgebaut gehabt, aber... Ah, guck mal, wie viele da killen. Einer ist in der Infinity Schwer. Oh. Die haben so verkackt, laden Sie. So, also, der Plan ist, wir kennen ihn und klauen ihm das Infinity Schwert. Ja. Ja, gut. Die Umsetzung ist schwierig, weil Leon weiß auf jeden Fall nicht, wie man damit umgeht. Er geht das lieber mir, denn ich weiß, wie man damit umgeht. Ich glaub auch keinen Plan davon, denn ich hatte das noch nie. Also von daher... Lass uns versuchen, eine geile Runde zu machen. Und dieses Game zu gewinnen. Ja, dann töt' ich ihn. Bruder. Da ist jemand? Ich hab Wegbein. Wo ist er denn? Ich seh' ihn gar nicht. Lol. Hier hat einer was abgeworfen, eben. Ja, da lass uns gegnerisches Flugzeug zerstören. Das bringt, das bringt's ihm wettet ein paar Sterne. Wenn wir jetzt runtergeschossen werden, dann ist das belastend. Da ist ein Pott, Digga. Da ist ein Pott, aber noch rein. Dann nimmt, ist doch noch einen goldenen Rocketdown-Jun, ich bin froh. Hm? Oh, ha. Leon hat eine Sniper. Und sagen wir es los. Gib mal kurz deine Sniper, wer auch immer einen hat. Ich hab nämlich jemanden vorliegte Sniper. Warte, warte auf die. Warte, mach es kurz. Fallen lassen. Nix. Hallo, ich würde... Ich würde sagen, da wurden wir abgeschossen. Leon, ich kann es selber wieder nehmen. Dann, wo ist jemand? Weiß bloß nicht genau, wo. Das rückt, das rückt ihm, weil... Wenn die, weil... Weiß er. Meine Pädagogik im Wald. Da sind, da ist einer. Ja, ich weiß, da bin ich kurz gesehen, aber... Der ist da hinten, bei diesem roten Gebäude. Ja. Lass den, lass den, lass den, lass den zurückziehen, lass den zurückziehen. Ja. Wir sind jetzt hier irgendwie heruntergekommen. Ihr nehmt Auto? Ihr nehmt Auto, ich geh zu Fuß. Ne, nimm du Auto. Leute, da hinten sind welche. Hä? Oh. Ah, ich hab keine Medi-Kippe. Wie darf es losstehen? Oh, steht hier so drauf. Bruder. Muss los, los. Ja, muss auch los. Muss auch dringend los. Wohin denn? Ja, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall weg von hier. Denn wir waren hier. Ja, sogar zweimal. Es gibt, wir waren hier. Und wir waren hier zwei. Hab ich. Du musst unbedingt Steine fressen, Hesipus. Sonst bin ich ja mal... Ja, sammelt einfach Pizze und zerdrückt sie, Alter. Das ist ein krasser Tipp. Verbrauch. Hallo, ich will das haben. Danke. Dann darfst du eine gute Runde weh, denn fress ich ein Beet. Hab viel Spaß. Ich hab gehört, das schmeckt nicht. Mhm. Aber nimmst dann auch ein Video auf, wie du den Besen frisst, ne? Bis auch zur Gestähung kamen. Genau. Damit wir auch den Beweis haben, dass du dann wirklich ein Besen gefressen hast. Nein. Denn... Wenn wir die Runde gewinnen sollten, hol ich mir, ne? Äh... Wie soll ich sagen? Dann holt er sich den nächsten Battle Pass. Der ist ja umsonst. Obwohl ich den nächsten Battle Pass zu holen, ist ja nicht schwierig. Muss ja nur 13 Verlängerungsherausforderungen haben. Dann kriegt man den ja in den Arsch geschoben. Ja, leidern. Also das bist du nicht. Leider. Wieso leider? Ich find's gut. So kann ich 9,50 Euro sparen. Ja, er lebt noch. Das hätte er auch schon längst geschrien. Wer? Ja, wenn du nicht leben würdest. Oh. Ach, saaass. Du hast auch schon längst was gesagt, wenn du abgekratzt wärst. Habt noch gesehen. Man, ich brauch nur... Ich brauch nur... ein Medkit. Und Dennis Kuhl und ein paar Schlöffis. Joa. Doch, das könnte Leon so langsam auch gebrauchen. Ja, hier liegt noch ein Skadeon. Komm runter in die Mine, kommt runter in die Mine. Ihr seid, ihr seid, ihr seid. Okay. Hoffen, hoffen. Ich weiß nicht, wo genau ihr seid, aber ich suche euch mal. Einfach unternehmen. Unternehmen. Ja. Boah. Was so, Leute? Bruder, was ist? Ich könnte sagen, dass ich mich... Ich weiß, du bist die so. Wir haben noch ein paar Sekunden. Oh. Aber die ist ja hier gleich hier vorne. Dann bin ich auch schon wieder tot. Die ist doch so gut wie ein Schiff. Die müssen doch bloß ein Stück nach vorne. Ich bekomme so langsam Angst, irgendwie echt die Schiffe an die paar wenige. Ich auch. Ich habe Angst, dass wir gleich sterben. Ich will noch durchsterben. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Du bist doch nur... Du bist doch nur 6. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Lass sie campen. Lass sie campen. Ich bin euch einen guten Platz zum Campen. Lass sie alle umbringen, die sich uns nähern. Wir brauchen noch 10 Gegner. Ja. Stimmt. Mit uns. Da kommt ein Lootrock runter. Lass sie hier campen. Nein, ich baue nicht. Wenn der Lootrock kommt, müssen wir gucken, ob sich einer hier... Ich habe Angst. Ich behalte das Lima im Auge. Ist da jemand? Ja, ich. Nimm das Lagerfeuer mit. Nimm das Lagerfeuer mit. Komm, ich weiß, wo es platzieren. Leon, komm mit. Platzier es hier oben. Platzier es hier oben. Lagerfeuer. Komm rein. Komm rein. Komm, platzier das Lagerfeuer. Komm rein, komm rein, komm rein. Zing das Lagerfeuer. Komm auf, komm auf, komm auf. Leon, Leon, Leon. Matze, du musst raus da. Du kriegst auch Pluspunkte. Nein, tu ich gar nicht. Nee, bekommt er nicht. Komm rein. Nein, du bekommst keine Pluspunkte, wenn du voll bist. Das hört dann einfach auf zu heilen. Aber egal. Ah, nein. Egal, okay. Okay, ich bin auf der Fall. Digga, wo ist die Zone jetzt? Geht er in die Zone rein? Hier ist doch so gut wie voll, wenn du mal genau hinguckst. Weiß, nein. Die Zone zieht sich. Die Zone zieht sich jetzt komplett zu. Aber richtig. Das ist doch schon die Endphase. Es leben nur noch sechs andere Leute. Ja, verkackt. Wir sind zufrieden. Nein. Ich hab noch drei HP. Ich hab noch vier HP. Nein, ABW ist unter den letzten fünf. Wir sind Platz drei. Ja, Platz drei. Oh mein Gott. Alter, war das eine krasse Runde. Ach, ja. Ja, definitiv. Wir können gerne noch ein paar Runden spielen. Egal, ich muss mich erst mal zurücklehnen. Oh. Ich muss erst mal meine Fanta trinken. So, das war die 68. Folge Fortnite mit Leon und der Zocker und unserer ersten richtig geilen Runde Schwertkampf. Morgen geht's weiter mit einer weiteren Runde. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.